ja herzlich willkommen zu unserem video meeting ich freue mich total dass so viele da sind ja mit dem schönen wetter viel lieber wird man natürlich glaube alle jetzt fliegen nachdem es halt so ist wie es ist machen wir das beste draus und diejenigen die das schon kennen für dir ist das bekannt aber den anderen sagen sie einfach noch mal wir haben ja alle stumm geschalten ihr könnt den video gerne anlassen sollte jetzt aber die datenübertragung schlechter werden dann werde ich euch bitten dass ihr die ausschaltet dann wird das ganze aufgezeichnet und ihr könnt euch das auch dann auf unsere internetseite bei webinar runterladen dauert so ein paar tage bis es dann hochgeladen ist aber deshalb so ein service für euch wo ihr euch das dann noch mal anschauen können was interessant ist jetzt hat blinkt auch schon gerade die chatfunktion auf ihr habt da unten im bildschirm diese chatfunktion und wenn ihr da drauf drückt dann könnt ihr fragen stellen direkt einbringen in dieses video meeting und wir versuchen die dann auch gleich mit einzubeziehen und zu beantworten es ist auch total schön das macht das ganze lebendig und also wie gesagt nützt es gerne vielleicht kann man nicht immer alle beantworten aber wir versuchen es auf jeden fall und dann fange ich auch schon an dass ich mich vorstelle ich bin auch fluglehrerin und ich freue mich total dass ich heute den achim als gast bei uns begrüßen darf okay achim ja hallo miteinander also zu allererst auch von meiner seite aus herzliches willkommen schön dass ihr heute eingeschalten habt vielen dank auch an das gesamte team von achensee dass ihr das in die wege geleitet habt ich freue mich mit euch heute über das thema fliegen allgemein aber natürlich spezialisiert es auf sicheres thermik und streckenfliegen eingehen zu können ganz kurz zu mir für diejenigen die mich noch nicht kennen ich bin der achim ich fliege seit 1988 gleitschirm also auch schon relativ lange und war die von anfang an fasziniert von dieser sportart die ersten jahre dann als leidenschaftlicher hobbypilot und dann kam die zeit in der ich das glück hatte in den wettbewerbs sport reinzukommen und dann auch in die nationalmannschaft mich also dafür zu nominieren dann kam die weltcup zeit und dort konnte ich dann wirklich über zehn jahre lang im wettbewerbszirkus um die um die welt reisen und nicht nur sehr viele nette leute kennenlernen sondern eben auch vieles fliegen dazu lernen und bereits in der zeit habe ich für mich entdeckt dass ich gerne mein wissen bei thermik und streckenflug seminaren weitergebe das habe ich dann bei verschiedenen flugschulen gemacht irgendwann kam der zeitpunkt wo ich für mich erkannt habe ich möchte das gerne im rahmen meiner flugschule eben machen und habe dann vor grob zehn jahren die flugschule freiraum die wurde dort gegründet und mit dem kompletten sortiment an ausbildung fortbildung hike and fly personal trainings aber eben auch spezialisiert mitunter auf das thema thermik und streckenfliegen umso mehr freut es mich heute ja sind wir mal mit euch gemeinsam fragen beantworten zu können ja herzlich willkommen hier ich darf euch ja immer mitnehmen die flugschule achensee weil ich bin nicht direkt in der flugschule achensee hier unten bei mir erkennt das bild ja das gleiche genau ich bin der stefan ich mache auch sicherheitstrainings hauptsächlich an der flugschule achensee und ich bin total gespannt was da heute auf uns zukommt mit nach ihm und überhaupt über so dass über das thema streckenfliegen was ja gar nicht so sehr unser also streckenfliegen an sich ist nicht so das hauptpferd der flugschule achensee würde ich jetzt mal sagen also überhaupt nicht wir kommen alle eher so aus dem technischen ziehen wo man da irgendwo dann rumzieht und dann möglichst schnell runter kommt aber ich bin total gespannt eben und freue mich total jetzt auf diese diesen anderen blickwinkel den wir jetzt einbekommen in bezug auf streckenfliegen beziehungsweise das sichere streckenfliegen das ist ja dann so quasi die kombination von technischen fliegen sicherheitstrainings und den streckenfliegen genau und dann gebe ich gleich mal weiter an simon ja schönen guten abend von mir auch mir ist wahrscheinlich gegangen wie jeden heute heraus gesehen hat und die wolkenbasis gesehen hat also auch hier bei mir im flachland in nordrhein-westfalen da war die basis heute ich weiß nicht wie hoch auf 3000 meter oder so und eine wolkenstraße nach der anderen also mir hat's herz geblutet ich glaube heute wären so tage gewesen wo man sogar dreiecke fliegen hätte können im flachland weil kein wind auch noch war also wirklich mei fliegen wir jetzt hier ja bin der simon mache auch sicherheitstrainings bei der flugschule achensee bin da auch schon recht lange mit dabei ich freue mich immer wenn die cordel mit neuen ideen kommt und ja bin jetzt auch gerne hier mit euch über streckenfliegen zu reden stefan hat schon sagt ja auch mein steckenpferd ist eigentlich eher das technische fliegen aber streckenfliegen durch brutal gern aber nicht wettkampf ambitioniert sondern ich bin auch eher so der spaßflieger dabei und und suche mir da immer eigentlich lieber schöne aussichtsrouten als wir jetzt besonders viele kilometer aber nichtsdestotrotz ist es natürlich total geil und deswegen freue ich mich jetzt auch machen noch mal einiges zu lernen und geht weiter an ecky hey hallo miteinander ich habe heute mein lieblings t-shirt an weiß nicht ob man das sieht das ist eine krähe und die hat hinten so ein bus auf dem rücken und die ist wahrscheinlich unterwegs zum thermik fliegen und zum strecke fliegen total schön euch zu sehen noch noch habe ich euch so ganz viel auf dem bildschirm wie geht es euch wie geht es euch ihr kennt das spiel schon wenn es dir gut geht zeig mir die daumen so gut geht dann bring einfach kurz deinen daumen dahin wie geht es dir wie geht es dir wird auch gleich sehen warum die frage so wichtig ist ja wie geht es dir du bist nämlich systemrelevant ja da habe ich mich mit diesem wort ein bisschen beschäftigt ich war heute auch im rofan oben wir dürfen seit gestern wieder richtig wandern also wir haben jetzt wieder ähnliche situation wie in deutschland auch die letzten drei wochen waren in tirol ziemlich heftig wir durften nicht sehr viel machen aber heute war ich oben im rofan und ich kann nur das bestätigen was nachdem stefan sieben auch schon gesagt haben die ablösungen haben total hoch geballert ja und ich habe auch gedacht wow jetzt bin ich froh dass ich keinen schirm dabei habe jetzt muss ich wenigstens nicht fliegen ja ein schöner tag ich würde gleich anfangen mit der ersten frage mich würde grundsätzlich interessieren wie ihr zum thema fliegen mit oder ohne helm steht und man könnte natürlich jetzt sich kurz überlegen was hat das mit dem thermik fliegen zu tun oder mit dem mit dem strecken fliegen zu tun es ist es ja eine sehr sehr persönliche frage die hier gestellt worden ist von von jemand von euch und ich möchte auch sehr persönlich und doch sehr sachlich darauf eingehen das thema heute heißt sie ist thermik und strecken fliegen als ich heute so im rofan unterwegs war so zu fuß habe ich mir ein bisschen da auch idee in drüber gemacht und gedanken darüber gemacht und bin irgendwann bei diesem gedanken hängen geblieben man ist ein guter lehrer ein guter lehrer wann macht eine flugschule einen guten job und meine definition von guten lehrer ist das ein guter lehrer ein guter guter coach jemand der der versucht jemand anders etwas beizubringen ist für mich ein sehr guter lehrer wenn es ihm gelingt sich so schnell wie möglich zurückzuziehen bei dem jener bei dem jenigen zu sein den er betreut den er unterrichtet egal in was und dann nimmt er sich nach und nach zurück so dass der lernende irgendwann alleine ist seine entscheidungen alleine trifft und völlig selbst verantwortlich für sich selber agiert und so unterrichten wir aus unterrichte ich vor allem ja ich spreche jetzt mal einfach nur für mich weil die frage sehr persönlich glaube ich auch an mich gestellt worden ist mein ziel ist immer wenn ich mit jemandem arbeite ihn dort hinzubringen dass er sich selber überlegt was ist mir wichtig und die meisten von euch kennen die drei fragen wenn wir am startplatz oben stehen egal ob es zum thermikflug ist oder zum streckenflug ist ob es ein abendflug ist oder in die aufgehende sonne ob wir mit einem sinneskin unterwegs sind oder mit einem dicken fetten liegegut zeug die frage am startplatz ist ja immer wie ist das wetter wie fit bin es bin ich und ganz wichtig was will ich wirklich und wenn wir diese fragen für uns recht ehrlich beantworten dann bleiben bei der letzten frage dort hängen dass wir sagen ich will mich nicht verletzen und ich will spaß haben ich will spaß haben an diesem thermik flug der vor mir ist ich will spaß haben an diesem streckenflug der vor mir liegt ich will spaß haben bei diesem gleitflug weil die luft ist total stabil ich habe vielleicht nur mein singes ging dabei und jetzt ist natürlich auch die frage was lässt mich sicher fliegen und meine meinung ist ganz kurz auf diese frage einfach die es spielt keine rolle welche schuhe du anhast es spielt keine rolle welchen gleitschirm du dabei hast es spielt auch keine rolle welches kurzzeug du dabei hast du liegegut zeigte bei hast du dann sitzt kurz zeigte man das spielt keine rolle ob du ein integral auf hast oder ein halbschalen helm oder kudelmütze sondern wichtig ist dass du so fliegst und so deine entscheidungen triffst dass du abends gesund heimkommst und das ist die der inhalt den wir so versuchen zu transportieren und das heutige thema sicheres thermik und strecken fliegen der stefan hat vorher kurz angedeutet hat sehr sehr viel mit unserer hauptarbeit zu tun im sicherheitstraining weil wenn wir zum beispiel nicht spiralen können dann macht es einfach keinen sinn auf strecke zu gehen ja so würde ich die frage beantworten ein bisschen weit ausgeholt aber ich gebe es weiter an dich stefan ja wenn ich dann noch einen satz dazu sagen darf dann deine worte und meine worte aufzugreifen oder deine gedanken das ist finde ich das bedeutet für mich auch die faszination am gleitschirm fliegen weil es gibt da du bist immer für dich selbst verantwortlich jede entscheidung die du triffst egal ob du jetzt mit helm fliegst ohne helm fliegst oder wie auch immer egal ob du jetzt akubatik fliegst oder sonst irgendwas du bist immer für dich selbst verantwortlich und dieser appell an die eigenverantwortung den finde ich einfach genial weil nirgendwo also ich kenne keine andere sportart zumindest wo man so mit sich selbst konfrontiert wird beziehungsweise mit seinen entscheidungen auch so direkt konfrontiert wird du entscheidest dich irgendwas zu tun irgendwo hin zu fliegen irgendwas was auch immer und du kriegst sofort im prinzip dann ja die antwort drauf die resonanz und es gibt nie jemand anderen der für dich dann die presche springen kann oder wer verantwortlich für dein tun ist oder für deinen für deinen für dein fliegen um es jetzt mal aus gleitschirm fliegen zu bringen das gibt es einfach nicht ja es gibt es es gibt nicht die plötzlich auftauchende cb es gibt nicht den ja plötzlich der da nicht jemand rein fliegt da können immer zwei dazu oder ja das ist einfach wenn ich das das wirklich coole am gleitschirm fliehen ja habe ich jetzt mit retter flieg barfuß ganze schon machen muss halt wissen was du tust ja genau zu der frage die uns erreicht hat das war die frage vielleicht mögt ihr mittwoch einen tipp zur blick richtung beim thermik kreisen geben ich nehme mal fast gleich mal zusammen ob die andere frage dazu noch weil das die gleiche im prinzip die gleiche frage ist mir ist jetzt ein paar mal aufgefallen dass ich mich nach rund 45 minuten lang hauptsächlich nur noch kreisen versus mal wieder länger geradeaus fliegen nicht mehr allzu wohl fühlte womöglich weil ich meinen blick zu lange zu oft auf mein bar gerichtet hatte hatte es bis zur kurzen bewusst auf lautlos eingestellt weil mich das gepiepse eigentlich nervt ja das ist eine super interessante frage ja wo schaue ich denn hin beim thermik kreisen vor allem der zusatz der da ganz am ende dazu kommt weil ich meinen blick zu lange zu oft aufs barrio gerichtet habe da kann ich mir schon ganz gut vorstellen dass es einem schlecht wird weil man dann einfach das periphere sehen ausschaltet wenn man sich konzentriert nur noch auf sein barrio auf dieses cockpit was direkt da vor allem ist dann kriegt man rechts und kriegt man außenrum nichts mehr mit und verliert so die zusammenhänge ich persönlich um das zu beantworten schaue nie dorthin ja oder so gut wie nie weil ich erstens mal gar kein barrio habe wo ich den schauen brauche also ich kann da nichts ablesen das einzigste was ich habe ist das hier ja das ist das was ich manchmal hernehmen das mini solario ja das wiegt nichts das braucht keine großartige bedienung das kann man anschalten ausschalten und fertig deshalb schaue ich eigentlich so gut wie nie irgendwie mein cockpit rein wo ich aber gerne hinschaue ist er zu kurven in der seite ähnlich wie am motorrad fahren am motorrad fahren ist es auch so wenn du dorthin schaust wo du hin willst dann fährst du auch dort hin wenn du dorthin schaust wo du hin fliegen willst dann fliegst du auch dort hin und ich würde es aber gar nicht so konkretisieren dass du sagst ja immer dort auf den inneren stabilo oder immer genau dorthin sondern ich schaue auch da gern rum ja das ist dann dass ich dann mal auf die gegenseite schaut das kann durchaus kann man das wirklich was machen müssen aber ich würde mich da nicht zu versteifen auf einen einblick ja aber so zur kurvenseite wenn ich tendenziell nicht schlecht simon ich gebe mal das wort an dich über was wo schaust du hin oder was kannst du für einen tipp geben bei bezug auf die blickrichtung ja es ist auch ein spannendes thema wo auch jeder bisschen natürlich wieder sein eigenes ding rausfinden muss was für mich ganz gut funktioniert aber was ich immer so tipp darauf gebe ist wenn es zum thermik fliegen geht ist eigentlich ab dem start wenn ich die ganze umgebung vorher schon gecheckt habe oder wenn ich irgendwo geradeaus fliege geht mein blick eigentlich nur dahin wo könnte es hoch gehen das ist immer so das erste was ich beim thermik fliegen mache wo wird es hochgehen wenn ich mir vom start schon gedanken gemacht habe und fliege eben dann dahin und in der luft schaue ich dann auch wieder wo wird denn der nächste punkt sein wo es hoch geht und versucht eben so viel wie möglich zu beobachten kleinigkeiten raschende blätter also wirklich das gelände anschauen jetzt mal im konkreten und die umgebung ja was macht das die anderen flieger was machen die vögel und in der thermik mache ich es dann so sobald ich die thermik gefunden habe beim greisen bin wieder stefan schon gesagt hat auch in die kurve hinein schauen aber mein trick ist dann immer eher tendenz nach oben gucken weil da will ich ja hin weil wenn ich nämlich sehr nach unten gucke dann gehe ich immer eher in so eine spirale und je mehr ich nach oben gucke desto mehr auch für mich so vom mental her dann geht auch nach oben und dann schalte ich eigentlich auch noch mein visuelles ziemlich zurück und gehe eigentlich ins ins spüren also ich versuche mir dann wirklich so vom geistigen auge diesen thermik schlau oder diese blase vorzustellen wo die ist und wo sie jetzt hingeht und dann fliege ich natürlich mache ich nicht die augen zu und fliege dann irgendwo hin aber nimm quasi die ressource visuell ein bisschen zurück und versuche es mir einfach mal vorzustellen und der ist natürlich dann immer im weg zu spielen ja das ist meine methode funktioniert mal gut von weniger gut aber ich frage damit besetzen wir am besten dann gehe ich gleich mal weiter an den akim oder weil du bei mir gerade groß bist am bildschirm dann nehme ich dich doch gleich okay ja also da war ja ganz vieles perfekt ist drin wo ich mich auch direkt mit anschließen möchte also bei mir geht auch in die kurven innenseite auch tendenziell zum zum schirmhorizont in richtung stabilo ich glaube dass also generell bin ich auch da der typ der versucht von anfang an auch das thermik fliegen so zu vermitteln dass die elektronik sprich auch das barrio und die daten von barrio unterstützten sind hauptsächlich auf der akustischen ebene also ein feedback geben und einen darin bestätigen in dem was man gerade so für annahmen hat bezüglich der steigwerte aber man sollte aus meiner sicht so häufig wie möglich weg sein von diesem blick auf dieses gerät denn neben dem dass mir meistens auch mit anderen piloten ja die thermik uns teilen und dann aus sicherheitsgründen schon schauen sollten dass man also wo sind andere piloten um uns herum ist es doch so dass ich glaube also jeder thermik und streckenflieger der mit einer gewissen regelmäßigkeit erfolg erfolgreiche für sich erfolgreiche fliege hat und hat erlernt sehr hat erlernt sehr einen guten rundumblick zu bekommen also zu sehen wo könnten thermische ablösungen neu entstehen durch signalisiert durch andere vögel oder andere piloten wie ist der windversatz und das kann ich eben nur wahrnehmen wenn ich generell mein klick öffne um wirklich aus sicher und effizient fliegen zu können aber generell von der blickrichtung vermeiden auf geräte zu schauen vermeiden auf den horizont zu schauen daran habe ich natürlich in der drehbewegung ein sich das bild in dem es einem dann auch ganz gern mal übel wird zur übelkeit aber auch noch eine sache in der luft oder zum unwohlsein ein zentrieren und beim thermik fliegen da muss sich der körper und der körper natürlich auch was man daran gewöhnen und das geschieht auch mit der zeit also umso häufiger man thermik fliegt wie bei allen dingen umso wohler fühlt man sich auch von der von dem übelkeitsfaktor her gut dann gebe ich wieder an den ecchi oder an oder an stefan achim du kannst auch wenn du möchtest gleich mit der frage vier dann weitermachen ja gerne okay gut die frage die uns diesbezüglich eingesendet wurde war wie macht ihr das mit dem mit der streckenplanung habt ihr tipps wie man beim thema streckenfliegen am sichersten vorgeht generell natürlich eine super interessante frage aber bevor ich im einzelnen darauf eingehen möchte ich auch noch mal erwähnen dass das thema strecken fliegen wie allgemein das thema gleich zu fliegen jetzt nicht in eine einzelne schublade zum stecken ist persönlich muss ich mir einfach die frage stellen was für strecken habe ich denn vor zum fliegen geht es mir darum einfach mal mich dem thema zu nähern und als streckenneuling erfahrungen zu sammeln um sicher auf einem thermik und streckenfliegen unterwegs sein zu können das ist natürlich ein riesen unterschied zum kilometer kilometer sammeln und auf xc punktejagd zu gehen oder eventuell sogar rekorde fliegen zu können die erste regel für mich persönlich weil in der einheitung habe ich auch schon gesagt ich komme vom wettbewerbs fliegen und dann in den weiteren ausführungen hat man ja auch immer wieder von euch dann das wort spaß beim fliegen gehört denke ich dass wir uns da alle einig sind dass egal ob ich jetzt ambitioniert an die sache rangehe oder einfach nur auf genuss dass der spaß immer vordergründig sein sollte und ist auch bei unseren gesamten streckenflug planungen der übergeordnete punkt sein soll und da komme ich schon gleich zum ersten tipp egal ob bei unseren streckenseminaren oder allgemein beim klicken die streckenflug szene hinein empfinde ich es persönlich so dass sich viele piloten wahnsinnig viel druck beim streckenfliegen machen das wäre auch interessant zu hören ob euch das beim thema sicherheitstraining oder akrobatik fliegen genauso geht und dieser diese immense druck ist glaube ich der ein leistungskiller einerseits also wir werden dadurch nicht besser in unseren ausführungen aber natürlich der genusskiller schlechthin also spaß bei der ganzen thematik und eine gute selbsteinschätzung ist auf jeden fall schon mal mit der wichtigste punkt und um da gut rangehen zu können an die ganze sache würde ich jeden mal bitten sich generell zu fragen wie schätze ich mich denn persönlich ein also mein leistungsstand und nicht allein strecken und thermikfliegen bezogen sondern allgemein als pilot denn egal in welche sparte ich mich beim fliegen bewege beim fliegen läuft dann doch immer wieder alles ineinander über das heißt wenn ihr euch die fragen stellt worin fühle ich mich denn bereits wohl dann sollten so themen wie start ground handling abstiegshilfen schirmbeherrschung im allgemeinen thermik zentrieren aber eben auch das auf strecke bereits unterwegs sein für euch generell alle mit dem auf allen bereichen mit dem ja doch da fühle ich mich wohl beantwortet werden können wenn irgendwer wo punkte sind wo ihr euch unsicher fühlt ganz häufig sieht man das ja auch beim thema start dann ist es so wie die ecke am eingang schon gesagt hat dass das alles in zusammen gehört und nur wenn ich mich in den punkten generell wohl fühle dann kann ich auch denke ich als als streckenflieger das fliege allgemein mit mit einer guten überlegung mit plan an das ganze herangehen wenn man selber weiß man hat noch punkte an denen man trainieren sollte trainieren kann und da denke ich hat auch jeder ein gutes ist eine gute selbstwahrnehmung dann leben wir mittlerweile auch in der zeit wo es in allen möglichen bereichen so gute trainingsmöglichkeiten gibt dass man sich daher sehr schnell weiterentwickeln kann ja bei der streckenplanung ist es so dass ich mir eben auch wenn ich mein leistungsstand weiß sehr schnell die frage beantworten kann worum geht es mir denn eigentlich persönlich beim streckenfliegen möchte ich bin die streckenneuling erfahrungen sammeln oder steht einfach ganz groß genuss erlebnis landschaften anschauen bei meiner reise in der luft oder geht es mir auch wirklich irgendwann um dieses ambitionierte oder vielleicht sogar irgendwann um kilometer und rekordjagd ist natürlich generell sehr unterschiedliche themen wir haben heute ja das thema sichere strecken thermik fliegen also womöglich auch das thema sicherein und da würde ich euch auf jeden fall empfehlen sucht euch ein oder mehrere gebiete aus die ihr punkt 1 schon relativ gut kennt vom fliegen in denen ihr euch wohl fühlt und ja auch zum strecken fliegen erlernen gut geeignet sind also dass man sich aufgrund vom gebiet her dort schon mal erleichtert dann einen für mich persönlich wichtigen spruch bei der streckenflug planung geht sicherheit immer vor effizienz das bedeutet wenn ich also so meine karte aus reite oder auf google ers eben anschaue dass ich für mich persönlich in einem überschaubaren kilometer rahmen mir für verschiedene wetterlagen streckenflüge plane und ausdenke und beginne mal wirklich auf mich auf die suche zu machen wo potenzielle gefahren punkte sein könnten sei es lehgebiete aber natürlich auch regionen in denen mit denen man nicht gut mit mit keinem thermik zu rechnen hat und sich so gedanklich schon mal so rote x in die landkarte rein markiert wo man für sich persönlich weiß da habe ich egal bei welcher situation generell mal nichts verloren das ganze geschieht natürlich aufgrund von gebietskenntnissen aber eben auch von tipps von fliegerkumpels et cetera und erst dann gehe ich her und mache mir aufgrund von meinem theoretischen wissen und vielleicht eben auch schon gebietskenntnissen die überlegungen aufgrund der hangausrichtungen wo sind denn die stellen wo ich vorhabe hin zum fliegen aufgrund der hangausrichtungen et cetera wo ich gute schon chancen habe eben thermische ablösungen zum finden wieder an höhe zu gewinnen und weiter zu weiter zu fliegen generell wäre es dann eben auch wichtig in meinem flugplan gleich noch so regionen mit einzubeziehen und das gebiet auch dementsprechend auszusuchen wo ich mir gebiete aussuchen wo ich vielleicht auch bestimmte abschnitte aufgrund von hang verläufen oder auch konvergenzen wo ich teilweise eine bestimmte distanz gar keine große thermikwellen nutzen muss sondern auch horizontal aufgrund von einem hangverlauf einfach schön kilometer sammeln kann die mehr oder weniger geschenkt sind wenn man gar nicht großartig nach thermiken suchen muss es einfach es einfach vorhanden sind und eine überlegung die ich bei unseren leuten die strecken fliegen noch erlernen oder verbessern wollen wollen auch immer wieder sagt macht euch bitte gedanken darüber wie viel zeit ihr benötigt um euer strecken vorhaben für den jeweiligen tag umzusetzen und ich denke ein guter richtwert den braucht man natürlich nicht gleich am anfang fliegen aber ist so eine durchschnittsgeschwindigkeit von grob 15 kmh wenn man sich dem thema strecken fliegen nähert als ziehen oder wenn man schon eine zeit lang strecken fliegt ebenso grob im schnitt von 15 kmh und wirklich safe und sicher unterwegs zu sein wenn man dem thema gegenüber schon ein bisschen mehr erfahrung gesammelt hat dann kann man natürlich auch 20 kmh schnittgeschwindigkeit oder auch noch mehr fliegen und wenn man uns das mal hochrechnen wenn man ehrlich ist die meisten von uns den reicht es doch nach grob drei vier fünf stunden fliegen da haben wir schon mal so eine ausmaß wo wir eben genau das was ich gerade gesagt habe auch umsetzen können strecken in dem in dem ausmaß suchen und uns bedanklich die roten x setzen wo wir in welchen regionen ja sicherheitsgründen gar nicht zu suchen haben und eben auch die roten punkte in denen wir eine größtmöglichste chance haben uns als streckenpilot terminal streckenpilot safe zu bewegen simon hast du vielleicht noch ausführungen und ergänzungen war ich gerade am schreiben jetzt hast du mich ertappt entschuldigung da gerade frage mit der konvergenz noch werden aber da mache ich das doch kurz und zwar hat einer im chat geschrieben was beschreibt eine konvergenz beim fliegen konvergenz sein weil wenn mehr luftvolumen zusammen trifft und dann eben aufgrund dessen dass unten boden ist nirgendwo hin kann als wie nach oben wie wenn zb zwei teilwinde aufeinandertreffen dann entsteht eine konvergenz eine großflächige hebung und dadurch kann man da einfach entlang fliegen in diesem bereich und diesen aufwind oder das verringerte sinken einfach ausnutzen das wäre jetzt noch mit der konvergenz ja sicheres strecken fliegen da habe ich meine zeige jedes schon saukool beschrieben ich habe da immer für mich auch oder wie ich daran also mein erstes ding war ich immer erst mal nur thermik fliegen ich habe relativ spät eigentlich erst eine strecke gemacht oder bin irgendwo hingeflogen sondern für mich war erst das erste immer ich will erst bei thermik fliegen verstehen und dann bin ich auch immer nur in einem bad geblieben sobald ich den hatte habe ich den einfach stundenlang durchgekurbelt weil ich einfach das verstehen wollte das erlernen wollte dieses dass ich so ein gleichmäßiges steigen schaffe in der thermik das war immer so ein bisschen mein ziel dass ich da nicht die ganze zeit rausfalle oder wieder ins zentrum hinein fliege das gibt ja da unterschiedliche steigbereiche sagen dass ich es erstmal gleichmäßig habe und dann beim streckenfliegen da ist mir immer das wort dann von vom ecke in den ohren geblieben im nicht schwimmer bereich bleiben weil das ich eben angefangen habe ja einerseits sehr einfache gebiete zu suchen ein fans auch in den alpen ein bisschen einfacher immer sowas wie es ist der rautal bei greifenburg wo man mehr oder weniger schon eine vorgegebene kante hat die man einfach mal ab pflegt und das hat dann immer so kleine zwischentäler in nord südausrichtung gehabt und dann hat man quasi immer ein stückchen mehr mitgenommen und so sich angetastet ja und dann war es auch bei mir meistens bis heute noch so dass mir auch noch vier stunden einfach dann bisschen die lust vergeht und dann gehe ich auch lieber landen ja mal kurz noch dazu stefan du noch oder cordula ja dann komme ich noch kurz dazu also was mir geholfen hat nicht zeitlang ist mir also schlecht worden dann habe ich immer eine rolle mentos dabei gehabt und habe dann immer eins gegessen dieser zucker hat mir anscheinend geholfen gerade bei talquerungen da ist mir wieder besser gegangen das war gegen schlecht werden bei mir und das andere was ich oft zu leuten sagt die mich fragen mit mit streckenflugplanung und streckenfliegen meine meinung nach also für mich ist es total hilfreich wenn ich weiß ich kann in einem kleinen fläche landen weil dann kann ich auf strecke gehen und kann eben eine notlandung machen in einer kleinen fläche und das kann ich bei jedem flug immer wieder üben also wirklich den peilpunkt in der nähe von einem peilpunkt landen ist für mich eine super vorbereitung für streckenfliegen stefan ja also im prinzip kann ich da euch nur anschließen alles was ihr da gesagt habt das finde ich ich fasse es mal so zusammen das fundament für streckenfliegen das muss halt das sollte solide sein das fundament muss da sein dass man eben auf kleiner fläche landen kann dass man auch irgendwo hinfliegen kann wo man sich jetzt vielleicht nicht auskennt dass man gut starten kann all diese dinge das ground händeln dass man runter kommt vor allem ja das ist das was wir im sicherheitstraining ja machen dass man runter kommt wenn man unterkommen muss wenn man schnell runterkommen soll dass man sich in all diesen dingen sicher fühlt und das nicht zusätzlich stress verursacht oder kapazitäten bindet wo man dann vielleicht in den bereich reinkommen wo man sich dann eben nicht mehr wohlfühlt oder wo man vielleicht auch übersprungshandlungen macht wo man nicht mehr entscheidungen trifft die eigentlich gar nicht mehr die man wohl vielleicht richtig getroffen hätte aber in einer stress situation dann falsche entscheidungen trifft und ja ja genau achim ich ich merke gerade oder als du vorher geredet hast kamen bei mir so fragen hinten so das rückenmark hochgekrochen ich formuliere so wie die frage oft an mich gestellt wird beziehungsweise ich tue ein bisschen provozieren aber die frage geht gezielt an dich achim ich höre manchmal dass die leute zu mir sagen du ekki ich würde ja gerne sicherheitstraining machen aber meine vereinskollegen haben mir davon abgeraten habe mich jetzt entschieden erst einmal ein paar erfahrungen zu sammeln beim thermik und strecken fliegen und da wenn ich dann auf einem höheren niveau fliege dann komme ich so dir zum sicherheitstraining ich glaube du weißt schon wo ich hin möchte ja ich frage jetzt einfach mal dich gezielt was ist in deiner meinung nach so eine grundvoraussetzung wirklich als als faktum dass du sagst dann erst macht es sinn thermik zu fliegen oder gar an strecken zu fliegen zu denken also analog von den flugfiguren her vom sicherheitstraining gehe ich mal als beispiel spirale wenn jemand die spirale fliegen möchte macht es ja keinen sinn mit dem man gleich eine spirale zu fliegen der kein vollgeist fliegen kann der keine acht fliegen kann der wenigstens nicht die grundkenntnisse hat von rollen und nicken oder vielleicht noch ein bisschen krasser es macht keinen sinn ein helikopter zu trainieren wenn man keine fullstars fliegen kann also was würdest du sagen sind so basisübungen die dann so nach und nach entwickeln sich dort und dorthin damit derjenige irgendwann safe und gut aufgehoben ist beim thermik und dann eben später auch beim strecken fliegen es ist ja so dass logischerweise zum thermik und strecken fliegen benötigt eben thermik und thermische verhältnisse sind meist eben unter umständen schon ziemlich anspruchsvoll fängt ja schon beim starten an dass ich eben gute schirmbeherrschung schon beim schirm aufziehen haben sollte um mich dort wohl zu fühlen und eben auch bei thermischen ablösungen jetzt nicht direkt von anfang an überfordert in den flug hineingehen und dann haben wir das thema was ich eigentlich auch immer anspreche bei uns im thermik und streckenfliegen ist dass wenn ich wissen will wie ich hinaufkomme an die wolke sollte ich schon zuvor natürlich auch wissen wenn es notwendig ist wie ich wieder runterkomme es gibt jedem piloten auch wahnsinnige sicherheit denn bei allen planungen werden wir trotzdem auch manchmal in der luft vielleicht auch etwas überrascht auch von wetter wetterbedingungen und da gehört natürlich um mit dem thermik fliegen sich wohlzuführen punkt eins eine gute schirmbeherrschung dazu da hilft ground handling schon mal sehr 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 viel aber eben auch die dinge die im strecken im sicherheitstraining allen nahe bringt und da gehören die themen wie abstiegshilfen auch ganz ganz klar dazu also ohne anlegen natürlich auch aber das reicht eben oft nicht mehr das thema steilspirale kann man sicherlich auch gut trainieren aber da seid ihr natürlich auch die spezialisten bringt bestimmt auch viele an ihre persönliche belastungsgrenze heran und dann gibt es eben andere abstiegshilfen wie bestall und da finde ich sollte man auf jeden fall diese punkte schon mitbringen um eben safe auch bei sich in der luft wohl zu fühlen bei bedingungen die sich vielleicht dann doch ein bisschen anders entwickeln wie man das wartet hat und dann kommt natürlich das thema thermikfliegen das auch verinnerlicht sein soll das war ja auch vorhin von simon schon angesprochen dass er gesagt hat er ist wahnsinnig viel hat er sich ums thermikfliegen gekümmert bevor er den nächsten schritt gemacht hat und ich denke das ist auch sehr sehr wichtig man hört ja auch das piloten beschreiben ich fall einfach verdammt oft aus der thermik heraus und weiß nicht woher da kann es super hilfreich sein wenn eben mal von außen jemand drauf drauf schaut und auch genauso wie es beim sicherheitstraining mit den flugübungen macht auch beim thermik zentrieren direktes feedback gibt zur querneigung zur kurvengeschwindigkeit zu den positionen in der thermik und ich denke die all diese punkte gehören letztlich zusammen um nicht nur in es gibt nicht nur denke ich den guten piloten in dem und in dem und in dem bereich sondern letztlich sind wir in der luft wollen eine gewisse einheit mit unserem schirm bilden und das bringt ja den spaß und den genussfaktor und da gehört eben auch ein bisschen tränen dazu genau ja wir haben hier gerade im chat die frage stefan welche manöver aus dem ich sag mal technischen fliegen sollte man eurer meinung nach mit meinem schirm gut können und sicher auf strecke zu gehen in klammern zum beispiel steilspirale große klappe auch beschleunigt eventuell auch stalls eine gute frage die kommt immer ganz einfache antwort meiner meinung nach nach also da bin ich vielleicht auch ein bisschen radikal ich finde definitiv wenn ich die geraden kann der darf eigentlich sich nicht mit thermischer luft anlegen da dürfte auch nicht auf der strecke gehen große klappe ja auch die kommen früher später auch unter umständen beschleunigt weil ich das gar nicht so kritisch sehen weil also die klappe besser ist die klappe zu verhindern und dann werden sie doch gar nicht erst erst groß und ganz ganz wichtigsten einfach diese drei abstiegshilfen die wir jetzt auch schon besprochen hat und event hatten jetzt sind jetzt heute und auch die letzten tage spirale b-stoll und vor allem hat auch die big ears sich jetzt nicht unbedingt als zwingend notwendig klar ich meine das ist ja ein bisschen jede jedes technische flugmanöver hat irgendwie seinen 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 mehrwert hat irgendwie sein wo aus lernen kann aus dem stall kann man ganz viel aus lehren definitiv ja aber zwingend notwendig würde ich das jetzt nicht halten simon ja ja gerade was da reingefahren ist zu den ganzen manöbern was jetzt explizit fürs thermik fliegen was man auch zu hause trainieren kann da weiß jetzt gerade so technisches fliegen was ist das super das ist einmal ich hab's mal versucht aufzuzeichnen ich hoffe man kann es erkennen und zwar gibt mir mal einen daumen kann man es erkennen die drei kreise und zwei kreise super und zwar ist es die drei kreis übung wo man nur zwei kreise sieht dass man eben einen großen kreis fliegt diesen kreis beschleunigt den radius verkleinert die geschwindigkeit des sinken erhöht und dann versucht ungefähr wieder die gleiche schräglage für den größeren kreis das ist diese übung zum nachzentrieren super gut und dann noch anschließend eben das was man schon aus der aus der grundschulung grundschulung sage ich schon aus der arscheinschulung kennt aus der hirnflugschulung die schnelle acht und zwar dass ich eben diese technik kombinieren nur noch mit einem richtungswechsel zum einen habe ich dann den vorteil des zentrierens aber noch den viel wichtigeren vorteil ist dass ich meine steuertechnik angewöhne wenn ich es richtig gezeigt bekomme damit ich eben stall vermeidend bin der stefan hat schon gesagt ein stall muss man nicht können aber wichtig ist es dass man den stall vermeiden kann und da auch jetzt von der unfallstatistik vom dhv der klapper ist nicht der haupt grund warum leute beim thermik fliegen in probleme kommen sondern es ist tatsächlich fast gleich so häufig der einseitige strömungsabriss der dann visuell meistens erst durch einen seitenklapper sichtbar wird weil der schirm vorschießt und es irgendwie rund um und um geht also man sollte einfach sich eine steuertechnik angewöhnen durch dieses lösen und nachziehen durch zügiges ziehen mit wenig weg durch körpergewichtsverlagerung durch lösen der außenbremse wirklich komplettes lösen der außenbremse und da auch mal sich selber filmen mit einer kamera auf sich gerichtet und mal gucken wo hat man denn die hände und wenn man die außenhand hoch gibt ist die dann auch wirklich oben bei der rolle oder irgendwie 30 40 cm davon weg also solche kleinigkeiten die dann aber extrem großen extrem große wirkung haben also man muss da gar nicht so groß und diese full stall und bestandete klapper und muss alles 75 prozent und noch größer sein sondern so diese kleinigkeiten das ist so die basis die extrem viel sicherheit und technik da hätte ich jetzt kurz eine frage an die trainingsleiter strömungsabdress einseitig beidseitig macht ihr das mit den teilnehmern im sicherheitstraining ist die frage auf die sicherheit ist natürlich ein ganz ganz wichtiges manöver das an der pilot oder die pilotin auch genau weiß bis wohin kann ich gehen beidseitig einseitig weil woher willst du denn wissen dass du schon zu tief bist wenn das noch gar nicht ausprobiert hast also diese 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 einladung an die teilnehmer im sicherheitstraining schau doch mal wo dein strömungsabdress ist ist ein sehr wichtiger part natürlich probieren wir das nicht einfach aus sondern wir reden da vorher drüber machen unsere mentale arbeit unsere übungen auch am simulator und dann gehen wir gezielt rein in diese flugmanöver und zwar der hauptgrund ist einfach der erst wenn du mal das gemacht hast weißt du auch in zukunft wovon du weg bleiben sollst damit eben dieser strömungsabdress überhaupt nicht passiert ich würde noch gerne auf die frage antworten mit dem braucht man ein fullstyle in der akrobatik für den helikopter zum beispiel ist der fullstyle eine art lebensversicherung oder der stall es gibt auch verschiedene stallarten zum streckenfliegen bin ich der meinung das braucht kein mensch ja ich kenne etliche sehr sehr gute streckenflug piloten die haben in ihrem leben noch nie in fullstyle flogen und fliegen immer noch sensationelle strecken welche flugfigur meiner meinung nach und das haben wir beim simon sehr sehr schön raus gehört welche flugfigur einfach dreh und angelpunkt ist ist genau dreh und angelpunkt die drehung ja die enge drehung wieder flacher machen wieder enger drehung weil die brauche ich zum thermik fliegen nach oben ich brauche sie aber auch dann wieder zum runterkommen ich brauche eventuell aber auch wenn irgendwelche störungen da sind und der schirm in eine ungewollte reposition geht also die spirale ist letztendlich meiner meinung nach die flugfigur wo man nur davon profitieren kann achim wie siehst du das ja also das thema als spirale als abstiegshilfe wenn es wenn man es irgendwie gut verkraftet sicherlich das perfekteste was man erlernen kann und wenn man sie dann auch verinnerlicht hat macht sehr spaß an einem gewissen punkt und flüssiges kurven fliegen aber sie man angesprochen hat aus einer dynamischen kurve wieder in eine sanftere kurve ohne großen aufstellmoment also sehr sehr flexibel im kurvenradius variieren zu können sich natürlich für thermik fliegen die beste übung die man machen kann denn wir haben beim thermik fliegen selten bei einem längeren zeitpunkt gleich bleiben steigwerte und dadurch wird ja unser schirm permanent durch externe faktoren nämlich stärkere steigen am außen flügel oder weniger gute steigen in der querneigung geändert dadurch müssen wir ja auch immer wieder nach nach korrelieren und da ist sicherlich das thema wie fliege ich um mein kleid schon möglichst flüssig in der kurve in der querneigung halten zu können einer der zentralen punkte man habe ich gleich zwei fliegen mit einer grabe geschlagen ich habe eine gute abstiegshilfe gelernt oder die beste abstiegshilfe und kann es auch perfekt aus sehr mit fliegen umwenden oder anwenden genau was dazu sagen weil wir es nämlich auch vorher schon hatten nochmals zu meinen mann nicht nur bereich und natürlich auch zu den wetterbedingungen die wir jetzt gerade haben gerade wenn es jetzt wieder an den anfang geht zum thermik fliegen oder zu ihren ersten strecken fliegen dann ist jetzt eigentlich auch auf der anderen seite die schlechteste zeit weil es die stärkste zeit ist und klar wenn es rauf geht wie sau dann ist es relativ einfach um zu bleiben dann brauche ich aber auch wieder die abstiegs methoden wieder runter zu kommen aber es ist einfach anspruchsvoll und teilweise auch echt ungemütlich ja also wenn es da im albterm überall sehr gut steht ja dann geht es darauf wirklich sehr sehr gut hoch und dementsprechend wahrscheinlich auch turbulent und es ist dann meist eher überfordernd und auch wieder finde ich ein super training ist versuchen oben zu bleiben oder die thermik zu nutzen wenn es eigentlich schon kritisch schwach ist also wenn es wirklich nur so kleine lupfer sind die man versucht mitzunehmen und da eben drin zu bleiben da muss man dann sehr feinfühlig sein auch genau versuchen zu spüren weil oftmals ist man dann auch vom spüren her wieder sensibler als überhaupt das vario und ich finde da lernt das nochmal extrem gut das thermik fliegen an sich und auch das erkennen wo sind denn ablösungspunkte weil nämlich nur in ganz speziellen stellen natürlich dann auch was zu erwarten ist oder auch wirklich was kommt also das finde ich noch immer ganz cool ja eher so diese nicht perfekten bedingungen die versuchen auszunutzen am abend am nachmittag noch mal irgendwie länger in der luft zu bleiben den blub zu verlängern dann hat man auch in den starken bedingungen ein deutlich leichteres spiel ja und lieber immer gerade am anfang das direkte frühjahr ein bisschen meiden und und lieber ein bisschen in die schwächeren bedingungen reingehen sonst verliert man vielleicht auch die lust ist am anfang von der saison in zu vielen negativerlebnissen voll dass man dann wenn es eigentlich für mich perfekt wäre eigentlich gar keine lust mehr hat das wäre noch mal so für ein einstieg in das ganze von meiner seite dann haben wir im chat noch die frage vielleicht stefan magst du wieder einsteigen wie steht ihr zum thema liege gottzeug wer so sitz gottzeug bei drei bis vier stunden flug und 50 bis 20 kmh in bezug auf sicherheit ja also man muss ganz klar sagen dass ein video zeug in bezug auf sicherheit große nachteile hat ja weil das hat man letzten video wollte ja auch schon ganz ganz häufig wenn es ist mein gleitschirm ist und ich unten dann hier drin liege ja dann ist sony gut zeug der station gestreckt bin immer träger ist weniger sicher müssen wir sagen wie ein sitz gott zeigt definitiv ganz klar die twistgefahr ist eine höhere generell ein anderes fliegen muss sich anders anders bewegen muss viel aktiver fliegen und da ist ein sitz gottzeug definitiv einfacher und auch auch mal drei vier stunden zu fliegen braucht man keinen liege gottzeug braucht kein liege gottzeug um kilometer zu machen ja das ist muss einem schon ganz klar bewusst sein dass in die gottzeug auch einfach krasse nachteile hat natürlich hat es eine bessere eine leicht bessere aerodynamik also jemand der wirklich auf auf geschwindigkeit aus ist auf kilometer aus aus ist der wird irgendwann mal dann nicht mehr drum herum kommen aber das ist die frage ob das notwendig ist und ob das derjenige auch wirklich dieses potenzial von dem liege gottzeug auch wirklich voll und ganz ausschöpfen kann da würde ich aber gern auch einfach mal nach ihm weiter geben weil daher ist das sicherlich noch versierter wie ich mir in liege gottzeugen weil einfach da viel mehr erfahrung hat also beim beim generell stefan mir schon gesagt hast braucht es natürlich kein kein liege gottzeug ist ich ob der dreht das wichtigste ist dass man bei seiner gesamten ausrüstung schirm gottzeug sich einfach mal cool und wohl fühlt der pilot der sich unter seiner ausrüstung wohl fühlt fühlt besser an einem anspruchsvollen tag wie jemand der womöglich die leistungsfähigere ausrüstung hat aber er sich wohl fühlt und sich vielleicht ja auch mal in bockigen bedingungen anscheiß auf gut deutsch auf gut gesagt aber ich persönlich fliege schon sehr gerne beim thermik fliegen mit liege gottzeug aus verschiedenen gründen gerade im frühjahr der der faktor vor der kälte gut geschützt zu sein und auch das flug feeling macht mir beim zentrieren schon spaß aber ich habe auch schon immer wieder mal mit liege gottzeugen unterwegs die ich nicht so eingestellt bekommen habe für mich dass ich mich wirklich pudel wohl auch bei bockiger thermik gefühlt habe dementsprechend möchte ich auch unterscheiden zwischen wirklich liege gottzeugen und einfach voll vergleideten gottzeugen denn es gibt mittlerweile durchaus voll vergleidete gottzeuge die aerodynamisch gut sind und in der aerodynamik klingt wirklich was wir waren ja damals auch im bosche windkanal um diese voll vergleideten gottzeuge zum testen und es war auch für mich persönlich damals ein richtiger aha effekt dass es den widerstand doch schon um einiges reduziert wenn es gut eingestellt ist und für mich persönlich ein voll vergleitetes gottzeug wenn es so eingestellt ist dass ich mich bei bockiger luft oder vielleicht sogar im ansatz wenn ich merke der schirm klappt die beine hängen lassen kann und dann trotzdem noch eine unterstützung an den oberschenkeln habe also eigentlich ein sitz gottzeug daraus machen kann in den extremen momenten ist völlig für mich persönlich super und steht dann auch in guten negativen ansätzen die der stefan ja schon ausgeführt hat gegenüber wenn man wenn bei meinem liege gottzeug aber so eingestellt ist dass die großlast auf der fußplatte vorne drauf ist und dass ich wirklich diesen gegendruck auch brauche um noch aerodynamisch drin zu sitzen und sobald ich die beine anwinkel es mich aufrichtet was ja auch vom kurvenhandling her von schirmbeherrschung her dann echt nicht mehr gut ist dann denke ich überwiegen dann die die nachteile und dann macht macht es keinen sinn da wird es kurz auch wirklich gefährlich und die twistgefahr so hoch dass ist dann auch nicht fliegen wollte aber ich denke da gibt es mittlerweile ich kann auch gute möglichkeiten im voll vergleich im gut bereich aber gerade auch was die twist gefahren belangt da seid ihr ja auch die absoluten spezialisten ich denke ihr seht jetzt bei dem beschleunigten klappern über dem see wie schnell es passieren kann dass man das eigentlich eingetwistet sein kann oder simon was ich gerne ganz gerne auch noch mit dazu einbringen wird mir ist aufgefallen im sicherheitstraining wenn du teilnehmern die liege gottzeuge einstellt wie lange dauert denn das ungefähr bist du bei jemand das liege gottzeuge perfekt eingestellt hast ja das hat auch immer eigentlich schon sagt also das richtige gut zu ganz finden ist echt schwierig und das einstellen ist sagen mal so schon fast nur für die anderen teilnehmer unfair weil man da sehr viel zeit natürlich braucht da also es ist kann ich dann auch während des trainings immer wieder nachstellen ja bei manchen die hand ist von nach hause aus schon für sich ziemlich gut gehabt aber man wird dann wieder umschaut passt da die unterstützung besser wo ist der druck auf den zehn auf der ferse auf dem ganzen fuß passt die unterstützung dann muss man fliegen einmal abgleichen wie sind denn die ja ich zeige immer gerne mit meinem stift die liege gottzeuge wie sind denn die bewegungen oder wie ist die ausrichtung von gottzeuge ein visuell passt es schon und danach bei den manövern sieht man auch wieder habt ihr bei einer einleitung von der kurve wieder um irgendeine achse ein pendeln was eigentlich sein sollte und dann geht es wieder ins einstellen also das ist wirklich ein langer prozess bei mir hat es immer so vier bis sechs flugstunden gedauert würde ich sagen bis es gepasst hat und da würde ich auch gleich noch ganz kurz aufgreifen weil die frau kommt dass oder die aussage im chat dass er den schirm besser spürt noch mal kurz auch für euch mit die sitzgurte probiert es mal aus wenn das wieder das ist mit ausgestreckten beinen und das mal von vorne anguckt da und ich diese rotation mache also wenn das jetzt mein pilot ist ja das rollen im gurtzeug um die längs achse das geht tatsächlich je mehr ich liege immer besser wenn ich mein gutzeug vor hinten auf mache mein sitzblatt nach oben ziehe wirklich horizontal drin liege dann habe ich da einen geringsten widerstand den kleinsten moment und rollbewegungen und auch die gewichtsverlagerung auch das spüren vom schirm geht super jetzt habe ich aber dann immer mehr den nachteil dass ich wenn ich es von der seite anschaue natürlich dann um die hochachse aber einen riesengroßen hebel habe und das macht dann auch einen unterschied ob ich hinten im gurtzeug total viel gewicht drin habe oder vorne sowas schwere schuhe an habe dann wird das ganze eben im ersten moment natürlich träge aber wenn das mal in bewegung ist dann wieder das negative träge also dann rüstet mich ein und das sind dann so viele faktoren die beim video zu jedem entweilen sind ob das ganze jetzt sicher ist oder ob es plötzlich gefährlich wird die allein schon eben der schuhball und dem linksackerl das ich mir hinten reinpackt wieder verändert werden also da einfach mit darauf achten dass sich nämlich da auch die die querachse die bewegung nach vorne und zurück wenn es gerade so momente nach vorne hat mit schießen und so weiter die das ganze eben verschlechtert also klar beim normalen fliegen wenn ich keine probleme habe dann ist es auf jeden fall bei den meisten gutzeugen mit richtigen einstellungen viel feiner zu spüren ja eigentlich auch mehr spaß weil alles einfacher geht meist spielerischer jetzt nur von der gewicht verlagerung gesprochen aber eben immer dann sicherheit wenn was muss man da erst mal hermit und da ist eben der tipp von achim der beste dann in der aufrechte position dann habe ich nämlich diese probleme weg im regen fliegen und beim thermikreisen habe ich die schöne wendigkeit das schöne spielerische gewichts verlagern und wenn ich es aber dann nicht brauche dass ich es auch ausschalten kann durch bein heranziehen achim da ist im chat eine frage für dich was sagst du denn zu liege gutzeugen mit und ohne sitzbrett gibt es hier deutliche unterschiede im flugverhalten oder im fluggefühl ja also natürlich wenn also aus meiner sicht wenn ich mit dem guter zeit fliegen mit dem sitzbrett habe ich einfach ein direkteres feedback und spüre noch mal ein bisschen mehr also da kann dann im guter zeit ohne ohne sitzbrett etwas an 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 informationen sozusagen was vom schirm runter gesendet wird an an den hintern oder an den an die an den rücken wo wir mit unserem körpergewicht eben im guter zeit anliegen bisschen was verloren gehen aber ich finde mittlerweile an die guter hersteller das breitband ist so gut drauf dass wenn ein guter gut eingestellt ist wenn es einfach zu mir gut passt zu meinem flugstil zum körper dann ist es mir inzwischen egal ob dort ein sitzbrett drin ist oder oder nicht da fühle ich mich dann in beiden beiden varianten wohl wie der simon ja vorhin schon gesagt hat ein kurzeug oder so ein liegekurtzeug wirklich gut einzustellen dauert seine zeit weil es einfach viel mehr möglichkeiten und dinge zum beachten gibt aber irgendwann sollte da mal der punkt kommen dass es auch wirklich passt dass man für sich merkt geil das ist es und dann will man so ein teil eigentlich auch über jahre nicht mehr oder sollte man dann auch nicht mehr nicht mehr nicht mehr hergeben aber der faktor sitzbrett ja oder nein ist glaube ich mittlerweile nicht mehr der ausschlaggebende punkt sondern mehr das gesamte kurzzeug mit all seinen details da zu der zeit einstellung schreibt der boris noch seht ihr das auch so dass das liegekürtzeug recht gut eingestellt ist wenn man im simulator hängen und die beine schnell anwinken sich das kürtzeug kaum bewegt also nicht aufschaukelt ja vielleicht greife ich die frage auf also ich denke wenn das kurzzeug keinen aufrichtmoment hat also wenn ihr die beine anwinkelt und der oberkörper trotzdem jetzt nicht zwischen die tragegurte gedrückt wird wie es ja mit wie es ja bei manchen liegekurtzeugen auch der fall ist dann ist man schon mal gut unterwegs dass man eigentlich eine beinahe normale sitzposition wie in der normalen sitzkürtzeug hat das wäre perfekt weil dann überlegt man sich auch in bockiger luft nicht lang ob man jetzt aus dieser aerodynamischen position raus geht sondern geht kurz in den ich nenne es mal safety modus über sitzt im kurzen moment bis sich die luftmasse wieder beruhigt nicht mehr in seinem liegekürtzeug mit gestreckten beinen sondern linkelt ja an man fällt es einem deutlich deutlich leichter also denke das passt so was der ich glaube boris hieser so geschrieben hat aus meiner sicht was denkt ihr stefan ja sich auch so also dass man eben dann auch wechseln kann in so einen safety modus wie du es nennst dass man nicht gefühlt hat man gibt dann vorne raus oder fällt irgendwie so von über und auch ein ein tipp vielleicht wird ja simon du hast es schon gezeigt im stift doch ein höchst komplex einzustellen aber ein tipp ist ganz finde ich ganz hilfreich egal wie man das jetzt erreicht ja wenn die unterseite findet die unterseite mein kurzwerk ist wenn die unterseite nahezu waagerecht ist ja zum boden also parallel zum boden hat man schon eine ganz gute tendenz dass man gut eingestellt ist jetzt gut gut sagt hat weil dann in der luft ist dann noch leicht geneigt und dann ist man eigentlich so mehr oder weniger auf seinem gleitwinkel das ist das ziel letztendlich dass man mit seinem glückzeug so fliegt in die also dass man direkt auf dem gleitwinkel ist dass man den möglichst wenigsten den geringsten widerstand hat aber das ist nie gott eingestellt ob gut oder nicht gut lässt sich glaube ich nicht über internet beantworten es mir jetzt auch auffällt und da würde ich ganz ein bisserl in die bresche schlagen von sehr vielen zuhörern die vielleicht die gleiche denken haben wie ich jetzt es geht sehr viel um das liegegurtzeuger um das gutzeug an sich achim meine frage an dich jetzt ist kann ich oder oder anders es geht die ganze zeit um das gutzeug wie wichtig ist es denn dass ich einen guten schirm hat zum thermik und stricke fliegen es ging jetzt die ganze zeit ums gutzeug aber der schirm ist doch entscheidend oder die kombination ist entscheidend und da ist es auch nicht nicht so von von bedeutung ob das ein a-schirm oder b-schirm ist also alle schirme die man mittlerweile aktuell auf dem markt so bekommen kann haben mehr als genug leistung um auf strecke zu gehen außer natürlich man hat wie schon ganz am anfang von unseren gesprächen ausgeführt wirklich wirklich große ambitionen da muss ich natürlich auch mit meiner ausrüstung auf dem schirm mit reinwachsen wichtig ist das zusammenspiel ich wenn ich mich mit mit meinem gutzeug nicht wohl fühlen kann der schirm noch so gut sein ich werde keinen spaß beim fliegen haben wenn das gutzeug passt und ich komme mit dem schirm mit dem schirm nicht warm dann haut das auch nicht hin also die diese beiden faktoren die müssen in einem mit miteinander stimmig sein und ja da gibt es natürlich auch ein paar dinge zu beachten wenn ich einen auch eher schon nervösen schirm hat und mir dann noch auch noch ein nervöseres gutzeug oder kippeliges guter kann das ganze auch zu viel des guten sein aber da gibt es natürlich auch viele gute leute die euch beraten können diesbezüglich dass damit jeder für sich sein seinen richtigen seine richtige ausrüstung findet das allerwichtigste da bin ich mir tausendprozentig sicher ist aber was nicht passieren darf ist dass man sich durch sein material überfordert und lassen natürlich die die ist der der moment umschirmen leitschirmausfall vom schirm noch mal wichtiger wie bis kurzzeug denn überforderung hat immer mit mit frust und und schlechten erlebnissen zu tun und das ist genau das gegenteil von dem was wir wollen ja ja dann haben wir noch im chat die frage zum beschleunigten fliegen bei strecke wie einsetzen und wie kann ich das gefühl für geschwindigkeit trainieren ohne viele geräte da ich mit möglichst wenig instrumenten fliegen will also wenn man auf strecke unterwegs ist 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 es denke ich auch von 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 flugstil her generell wichtig dass man auch für sich selber lernen was für ein typ bin ich denn es gibt einfach piloten die haben diesen sicherheitsflugstil also fast jede thermik irgendwo umsteht mitnehmen an höhe gewinnen und es ist ein flugstil der sich perfekt dazu eignet um einfach sehr sicher und überlegt unterwegs zu sein auch die landschaft zu genießen und sich dem ganzen thema zu nähern wenn man dann irgendwann mal weitere distanzen fliegen möchte kommt das thema speed dazu und wenn man gelernt hat mit dem speed system gut und safe umzugehen dann macht es verdammt viel verdammt viel spaß mittlerweile gibt es ja die möglichkeit auch über die sie händels oder b händels den leitschirm zu in anführungsstrichen zu bremsen ohne das profil groß zu verändern und wirklich mit seinem leitschirm die durch die leicht bewegte luftmasse auch noch in einem safen art und weise durchzukommen und ich glaube da sind wir wieder beim thema irgendwann sollte das speed der speed oder das fliegen mit speed system auch in bewegten luftmaßen aber nun vertretbar in bewegten luftmaßen trainiert werden und da interessieren mich technische feedbacks also wieder speed angaben von meinem gerät oder vielleicht sogar das fliegen nach mcready weniger wie mein persönliches gefühl denn auch auch beim fliegen mit speed sicherheit geht immer voraus sobald ich merke jetzt komme ich vom schirmfeedback in den grenzbereich dann bin ich der meinung sollte man aus dem speed herausgehen das ganze minimieren und den schirm wieder in einem stabileren modus fliegen und denke da kommen wir momentan auch durch diese neuen profile durch die immer stabileren flügel an einen punkt das manchmal vielleicht auch zu sehr dem material vertraut wird man also denkt kommt das schirm wird schon richten und mein schirm der kommt schon durch die flugmasse durch wenn es daneben klappt mit beschleunigten klappern dann kann es eben schnell unangenehm werden also ich glaube fliegen mit speed hat immer was mit einer subjektiven einschätzung zu tun verträgt gerade der schirm bin ich wirklich noch im grünen bereich oder geht schon in grün orange und dann ist aus meiner sicht schon ja achtung angesagt aber gerade auch da seid ihr die spezialisten mit klappern im beschleunigten flug und vielleicht vor dir noch was dazu sagen ja sage ich vielleicht kurz was vom testen her dass man eben mit achim gesagt hat die stimme werden immer stabiler das wird immer geiler zum testen und klappern ziehen macht es immer weniger spaß gibt einfach modelle wo jetzt vor allem c oder gar d bereich oder speziell im d bereich wo man es dann auch nicht mehr wirklich sicher trainieren kann also ein vollbeschleunigten klapper mit einem d schirm da muss man erstmal schon lernen wie man den klapper überhaupt einleitet dass das ganze dann noch realistisch wird im sicherheitstraining auch also je höher die kategorie ist desto schwieriger wird dann auch das trainieren damit weil eben die schirme so detailliert und auch bei der zulassung schon so speziell zugelassen werden von der einleitung des klappers dass das dass es noch realistisch wird also da ist wirklich eine riesenbandbreite an reaktionen mittlerweile bei den schirmen und deswegen empfehle ich auch wieder das was der ecke ist am anfang ansprachen hat geht es doch relativ früh mit eurem material in den sicherheitstraining also solange noch material viel normales und je später es dann hingeht mit den buchleisten usw auch mit den high-level b-schirmen dass man gar nicht unbedingt die vollgas klappe trainiert da reicht dann schon 50% aus sondern es geht eigentlich mehr mehr um diesen persönlichen ablauf aber geht nicht mehr so dermaßen in dieses ich will quasi den grenzbereich in meinem film kenne und gucken was da passiert meiner meinung nach das abschreckende erlebnis größer als wieder lerneffekt also gesprochen jetzt wirklich bei den high performance sachen und dann eben auch nicht zu viel vertrauen man geht ja sehr schnell einfach mehr in dieses komplett hands-up in das beschleunigt fliegen und auch von den bedingungen her bleibt man da deutlich länger weil die schirme einen das eben nicht mehr so anzeigen also da kann man sich das auch auswählen finde ich noch mal bei der schirmbau vielleicht am anfang eher einem der mehr kommuniziert der am ausprobieren und noch ein paar andere mal ein kleines pfefferchen macht als wie einer der sich sofort stabil anfühlt wo man gar keine angst mehr hat sagen aber weil nichts mehr von den luftbewegungen reinkommt weil man dann doch mal schneller tendiert ein bisschen weiter zu gehen ich vergleiche noch ganz kurz mit dem autofahren wenn man ein altes auto fährt dann ist 130 auf der autobahn das grenzwertigste was man sich vorstellen kann und wenn man aber einen neuen modernen suv hat der damit fast drei tonnen 230 geht und man sich immer noch sicher fühlt dann will man aber da trotzdem keinen reifen platz haben weil dann geht es halt einfach runter und so finde ich sieht man das jetzt auch mit den neuen schirmen man geht schnell weiter als man eigentlich vielleicht sicheren da ist jetzt noch eine frage im chat was sagt ihr denkt zur theorie dass ein beschleunigter schirm stabiler fliegt und schwerer klappt da er schneller ist und daher mehr druck im schirm ist stefan magst du vielleicht was dazu sagen ja gern also theoretisch wenn man das einseitig beleuchtet dann stimmt das sind sie mir einen schönen stelle ist und der innen druck größer ist dann wird er auch später klappen aber ich verändere halt nicht nur die geschwindigkeit vom schirm sondern ich verändere auch ich verändere ja auch in anstellwinkel und dadurch wenn ich einen anstellwinkel verkleinern als wenn jetzt die luftmasken jetzt hier kommen das wäre jetzt normaler tritts im flug und die luft im video und hier unten ja welche speed system geht dann kommen wir die akte weiter runter und das ganze wird schneller und das schaut dann ist extrem jetzt mal so aus ja das heißt die anstimmung kommt jetzt auch mehr anstieg wird kleiner und klappe entsteht ja immer nur dann es gibt einen anderen konform klappe steht nicht weil irgendjemand auf oder so sondern weil sich die die druckverhältnisse umkehren ja das jetzt auftrieb im prinzip am untersegel erzeugt wird und dadurch der schirm auf eine seite weg klappt das heißt insofern ich glaube ich kann man das gar nicht so pauschal sagen bis zu einem gewissen punkt kann das kann das sein aber ich würde es nicht so generell sagen ja cool jetzt ist hier voll thermisch jetzt ob sie voll rum okay ich habe gelernt beschleunigt der flug der stabiler ich gehe voll ins gas bestimmt definitiv nicht ja also das kann ich so nicht so komplett unterschreiben da würde ich aber gerne einfach dass alle von euch ein simon nach ihm oder eine ecke noch was dazu sagen weil das ist sicherlich ein super spannendes thema noch ein wort das war auch eigentlich dazu achtungs worte wenn es irgendwie unruhig wird dann tendenziell er natürlich rausgehen aus dem speed system weil das ist was man beobachten können sicherheitstraining schnellerer schirm klappt klapper größer eine höhere geschwindigkeit deformation werden größer und vor allem die reaktion also das was danach passiert nach dem klapper ist immer deutlich heftiger wie bei einem unbeschleunigten flug ja zum geschwindigkeit also genau das ist von stefan ich kann es auch nicht so teilen dass der innen druck oder ein kleinerer schirm mit höherer flächenbelastung jetzt unbedingt klappstabiler ist die öffnung vom klapper die ist dann meist schneller tatsächlich und vielleicht auch dadurch können sie kleinere also wenn der anstrengung unterschritten wird dann öffnet er quasi so schnell oder gibt so mehr zugang oder dadurch eben dass es gar nicht so zum großen klapper kommt aber das ist nur wirklich in grenzfällen meistens ist es einfach genauso wie es der stefan beschrieben hat und auch so zur wahl der geschwindigkeit auch normale flugzeuge die kleinen ppl maschinen und so weiter die haben ja auch so ein speed diagramm welche geschwindigkeit man wann fliegt und da ist es auch so je turbulenter es ist langsamer muss man fliegen und das kann man sich einfach auch bei uns auf dem gleitschirm übertragen ja je turbulenter es wird desto langsamer sie fliegen natürlich bei uns beim gleitschirm heißt es dann nicht voll auf die bremse gehen sondern einfach nicht im beschleunigten und nicht hands up sondern eben leicht auf die bremse das ist dann ein sicherer flugzustand als wie das geben beim beschleunigen noch ganz kurz es gibt halt auch nicht nur die anstrengende veränderung sondern es gibt natürlich auch schirme die die profile verändern und dann eben noch bis zu einem gewissen maß die gleiche stabilität erreichen können aber das kann man nicht rein sehen dann müsste man jetzt noch die konstrukteure dazu fragen ob die solche stilmittel für ihre schirme oder solche technischen mittel verwenden und wie gesagt also das aktive eingreifen und piloten ist da deutlich immer im vorteil als wie die rein technische hilfe ja da zu dem thema möchte ich nur noch eine kleinigkeit noch anmerken also ich fand es sehr interessant ich bin in dem letzten jahr wieder ab und zu die neuen zweiliner schirme geflogen und da konnte ich das jetzt aufgrund der frage mit dem stabiler werden vom gefühl her ein bisschen nach nachvollziehen dass man mit dieser kategorie von schirmen also zweiliner alles was so cc also c schirme d schirme in den bereich geht dass man wirklich das gefühl hat dass die das fast sogar von einem ab verlangen dass man leicht gas gibt und das schön fühlt sich dann satter an das stimmt kann ich vom fluggefühl her auch bestätigen aber das trifft auch genau zu zu dem was wir vorhin gesagt haben dass da auch eine gewisse gefahr drin steckt dass man sagen wir salopp unsensibel wird denn unser gas fuß sollte immer auf das feedback auf dem karteninnendruck achten und sobald wir merken dass da ein bisschen was bisschen weniger von der karte feedback kommt dann eher aus dem gas heraus gehen und permanent im gas drin bleibt und das mehr auch über die die hand es macht das geht bestimmt meistens gut aber wenn eben so ein klapper kommt wenn man gas drin steht die sind echt nicht witzig genau also das ist nur noch zu meiner meiner anmerkung dazu ich würde auch gerne noch was anmerken und da würde ich springe dann quasi wieder ganz zum anfang bezüglich der ganzen geschichte wo man so gerade drüber reden gut zeuge liege gut zeug oder sitz gut zeug welcher schirm wie gestrickt zwei liner drei liner braucht es immer auch so ein bisschen zeit um in sich rein zu hören und sich zu fragen und jetzt benutze ich ein wort das der achim vorher ein paar mal genannt hat auch beim stefan und beim simon ist es rausgekommen mit was fühle ich mich wohl wo ist wirklich der wohlfühlfaktor am größten wo habe ich wirklich mein spaß wo fliege ich aufgrund von dem dass ich mich so wohl fühle und mein spaß und meine freude habe auch am maximum von meiner leistung wo kann ich wirklich alles rausholen auch aus dem system aus dem gut zeug aus dem gleitschirm und sind wir doch mal ehrlich ich glaube nicht dass jetzt von den ganzen zuschauern die hier zuhören irgendein x alps pilot dabei ist wir müssen nicht nach monaco in kürzester zeit ja sondern was total schön wäre es wenn wir uns beim fliegen absolut wohl fühlen und da spricht überhaupt nichts dagegen das kurzzeug x oder den gleitschirm y zu fliegen man braucht immer halt auch ein bisschen zeit ja wo ist es gewährleistet dass ich mich wirklich 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 wohl fühle ja und da komme ich wieder zu unserer branche ich glaube es macht absolut sinn das eine oder andere auszuprobieren über wasser speed system nicht die system unterschiedliche schirme auch unterschiedliche kurzzeuge und alles hat so seine berechtigung ich bin einfach jemand der immer wieder plädiere dann euch überleg dir kurz oder fühle in dich rein brauche ich das wirklich für was brauche ich es wirklich will ich es wirklich tut mir das gut bringt mich das dorthin wo ich eigentlich hin will für wen mache ich jetzt den flug für wen mache ich den thermik flug für wen mache ich den strecken flug mache ich für mich oder für den club oder was weiß ich was dass er da immer auch wieder und es nicht vergesst es zu reflektieren ja vielen dank so vom time check her wir haben es jetzt gleich 20 nach 8 ich denke für heute wäre es ein guter moment dass wir jetzt sagen wir hören auf achim hättest du lust dass du nächsten mittwoch nochmal dazukommst dass man da vielleicht weitermachen könnten absolut also ich finde es wie gesagt eine super sache von euch dass ihr das ins leben gerufen habt und von meiner seite aus ich würde mich freuen da wieder dabei zu sein und die zeit ist ja einfach wie butter zerronnen gerade ging viel schneller um wie es sich am anfang anhört eine halbe stunden bin gerne dabei wieder auf jeden fall vielen dank dann würde ich vorschlagen dass man mit dem achim nächsten mittwoch weitermachen und wie geht es denn ansonsten weiter wir haben am samstagabend unser quiz wer das vielleicht noch nicht irgendwie gelesen hat oder mitgekriegt hat wir haben uns wieder mal was neues überlegt es gibt ein quiz rund ums gleitschirm fliegen und weisen da auch auf unsere internetseite hin dann normalerweise ist ja immer am sonntag unser meeting aber weiter vielleicht einige von euch ostereier suchen haben wir gesagt wir verlegen das sonntag mittags meeting auf montag abend aber auch das findet ihr auf unserer internetseite und dann freuen wir uns jetzt schon wieder wenn man mit dem achim mittwoch miteinander wieder über strecken fliegen weitermachen genau am montag weiter geht es noch mal um die rettungsschirme weil man da das letzte mal gesagt haben dass immer noch nicht so ganz fertig geworden wir werden dann auch noch mal auf fragen im chat schauen wir uns mal an was man vielleicht noch nicht beachtet haben beziehungsweise auch mittwoch wir haben noch ein paar fragen zugeschickt bekommen da werden wir dann auch noch mal uns zusammensetzen und schauen dass wir die zusammenfassen und darauf eingehen werden gut dann darf ich das wort noch mal an den simon geben erwischt mich immer wenn ich da eine frage beantwortet im chat ja war super geil achim vielen dank dass dabei was ich freue mich total das nächste mal war echt lästig euch schöne ostern und bis zum nächsten mal gebe ich noch mal weiter an steppern habe ich auch noch was abschließend zu sagen ja ich fand die worte eigentlich von um ecke auch ganz gut und es hört sich dann so esoterisch an oder aber ich glaube das kann man ganz gut auch aufs streckenfliegen oder auch dieses leistungsorientierte fliegen projizieren weil ich der festen überzeugen wenn das wenn man sich wohlfühlt dass ein pilot der sich wohlfühlt egal in welcher facette auch immer dass der weiter kommt ganz so runter reduziert auf auf einsatz ja wenn du kein mario brauchst umso besser wenn du kein videozeug brauchst umso besser wenn du dich mit dem zeitpunkt fliegst mit dem ich am wohlfühlt fühlst dann kommst du auch am weitesten zu sagen ja wünsche euch auch alle allen frohe ostern fühlt euch wohl gehabt euch wohl und wir sehen uns dann samstag genau schöne frage jawohl achim darf ich auch noch bevor der achim dann dann kommt ich wollte euch noch was zeigen geht es dass ich mein bildschirm frei gebe kodala geht es moment ja für die leute die jetzt noch da sind schaut sie mal ich habe hier noch ein bild ich weiß nicht ob es so erkennen könnt es ist ein ganz ganz altes foto vom achim er wird dann wahrscheinlich gleich selber noch sagen aus welcher zeit es ist das war so die zeit war noch ganz ganz jung und knusprig war und war noch so voll im saft war nicht es ja immer noch voll im saft und vor vielen vielen jahren ich weiß nicht sind es 30 jahre her oder was aber wir haben uns dann irgendwann kennengelernt und dieser riesen brackel dieser dieser athlet von von mensch den ich da kennenlernen durfte beim gleitschirm fliegen auch habe ich relativ schnell gemerkt hey dem sein herz geht ähnlich wie meins und und er hat vorher sehr viel von wohlfühlen gesprochen und von lust und freude auch beim strecken und beim thermik fliegen und ich freue mich so sehr dass das geblieben ist achim auch von meiner seite vielen vielen dank dass du da mit dabei warst ich freue mich schon auf aufs nächste mal danke und an die anderen schöne ostern vielen dank für die worte damals noch im saft gestanden dieses bild hat damals ja der oli wiesmeyer oli wiesmeyer gemacht und da ging es um eigentlich um eine sache dass sehr sinngemäß wenn man wirklich also weiß wo sein ziel ist dann kann man auch dorthin kommen das war so die die übergeordnete message und ich denke das passt auch gut zu dem zu der ganzen runde die wir heute besprochen haben dass es es ist gut sich ziele zu setzen aber das ganze das über 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 thema ist dass das hauptziel auch spaß und gewünscht sein sollte ich glaube da sind wir uns alle einig hoffe ihr die alle zugehört haben seht es genauso und ja wie gesagt ich freue mich schon auf nächste woche wünsche euch auch ein alles gute gesundheit und freue mich auch auf kommenden mittwoch und vielen dank nochmal an das ganze team für für die einladung merci dann möchte ich mich auch bei allen teilnehmern bedanken vielleicht habt ihr lust dass ihr noch mal ein video an macht es wird ja schon zum ritual dass wir einander noch mal sehen und noch mal winken können vielen vielen dank und wir wünschen euch also bis samstag oder ansonsten ganz schöne ostern bis bald für euch tschau 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 Untertitelung des ZDF, 2020